Ihr Puppen, ganz, ganz kurzer Gruß von mir an euch. Ich bin so ein Haar. Das nervt mich schon die ganze Zeit. So. Ich wollte nur einen ganz, ganz kurzen Gruß dalassen und euch alles Gute für 2018 wünschen. Rutscht gut rein, seid vorsichtig, bleibt vorsichtig. Und ich hoffe, wir sehen uns auch in 2018 hier und da mal wieder auf meinen Veranstaltungen oder wir laufen uns bei Getränke Rossmann oder in der Drogerie über den Weg. Und dann habe ich noch einen Wunsch. Seid lieb zueinander. Alles Gute für euch.